Von heute an ist die Stadt Kronberg im Taunus und insbesondere das Schlosshotel hinter mir deutschlandweit auf den Kinoleinwänden zu sehen. Der Film Spencer ist gestartet, ein Drama um die britische Prinzessin Diana, die gespielt wird von Hollywood-Star Kristen Stewart. Kronbergs Bürgermeister Christoph König freut sich schon sehr auf den Film. Wir haben letztes Jahr gespürt, dass große Aufregung war, wie die ganzen Schauspieler in Kronberg waren, wie das Schlossdrehort war und jetzt wollen wir natürlich alle sehen, was dabei rausgekommen ist. Und deswegen freuen wir uns sehr darauf. Und der Film startet, wie gesagt, in Kronberg am 20. Januar. Und da gehe ich mal davon aus, dass das Kino so gut wie Corona es erlaubt voll sein wird. Ja, ganz genau hinschauen wird dann auch Kai Habig hier aus Kronberg. Er ist Raumausstatter und hat den Teppich verlegt, auf dem der Film hier im Schlosshotel gedreht wurde. Wir freuen uns riesig, dass wir so ein tolles, großes Element mal auf einer Leinwand sehen können, weil der Teppichboden ist halt schon was Besonderes. Die Arbeit war gigantisch. Wir haben wirklich zwei Wochen lang nur am Boden gearbeitet, um den so hinzukriegen, dass alle Anforderungen erfüllt wurden. Ja, und hier ist ein Originalstück davon, eingerahmt und in DIN A4 Größe. Über diesen Teppich ist Kristen Stewart in den Dreharbeiten gelaufen und sie hat ihn auch signiert mit einem kleinen Herz hin unten drauf. Wer genau hinschaut, kann diesen Teppich heute auch erkennen im neuen Kinofilm Spencer.